Pro 7 Max öffnet die Tore in die Welt des Grauens. Dämonen im Kampf für das Gute. Verfluchte Kinder. Als letzte Hoffnung der Menschheit. Und Teenager allein gegen blutrünstige Zombies. Die Erwachsenen-Anime-Reihe mit den brandneuen Serien High School DD und Black Bullet sowie High School of the Dead. Ab heute 0 Uhr auf Pro 7 Max.